Die Hänzener Grischer grüßen aus Händesse den Rest der Welt. Liebe Freunde, liebe Verwandte, liebe Fangemeinde, mit diesem Satz von Oliver Gies, Es kommt ein Schiff geladen, den alle GrischerInnen im distanzierten Homesinging aufgenommen haben, wollen wir euch und uns zu Weihnachten eine Freude machen. Wir wünschen euch alles Gute und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen im neuen Jahr. Eure Grischer Das Schiff geht still in Triebe, es trägt ein teure Lass. Das Segen ist die Liebe, der Heiligkeitsserrat. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017